Der beste Anwalt der Welt. Die Legende beim Supreme Court. Der Bundesgerichtshof verneigt sich vor ihm. Solmecke hat ein Video rausgebracht. Verbot von Privatjets. Müssen Ronaldo und Co. bald am Boden bleiben? Christian Solmecke. Eine Legende unter den Juristen. Ich zitter schon vor der ganzen juristischen Expertise. Hier kann das Video auch wieder ein bisschen lauter sein. Gehen wir rein. Alle Privatjet-Inhaber unter euch, die müssen jetzt echt tapfer sein. Wer von euch hat einen Privatjet? Schreibt mal bitte rein. Eins in den Chat, wer einen Privatjet hat. Tja, ihr müsst alle am Boden bleiben. Einer hat sogar zwei. Mein gesamter Chat, alle haben ihren Privatjet. Ihren Privatjet. Na gut. Ein Verbot von Privatjets im Raum. Und es geht noch weiter. Vielleicht sollen sogar in Deutschland bald alle Kurzstreckenflüge verboten werden. Sowas ähnliches gibt es in Frankreich schon. Dann dürfte ich nicht mehr von Köln nach Berlin fliegen. Ja, aber Frankreich hat ein sehr gut ausgebautes TGV-System mit einer zentralistischen Regierung. Und das ist schon ein Unterschied, ob du schnell mit dem Zug vorankommst im Vergleich zu Deutschland. Und in Deutschland gibt es halt gewisse Strecken, die machen Sinn. Zum Beispiel bin ich jetzt von Bremen nach Frankfurt geflogen, Familie besuchen, weil das mit dem Zug extrem anstrengend ist, mit Gepäck. Mit dem Auto sechs Stunden. Das ist einfach, da bin ich fertig, dann kann ich nicht arbeiten. Andere Strecken wiederum nehme ich den Zug. Zum Beispiel Bremen-Berlin. Umsteigen über Hamburg oder Hannover. Gibt es nichts Besseres. Ich käme nie auf die Idee, überhaupt nach Berlin zu fliegen. Mit so einem Abstand, mit diesem schrecklichen Flughafen in Brandenburg. Oder zum Beispiel nach München. Da weiß ich gar nicht. München ist wieder unangenehm. Von Frankfurt aus oder Mainz damals. Ist der Zug sinnvoll? Weil du direkt in der Stadt bist. Von Bremen aus. Du bist ja acht Stunden im Zug unterwegs. Oder neun Stunden. Da brauchst du halt das Flugzeug. Ja, wenn wir eine funktionierende Bahn haben, die auch schnell Strecken hat, wo wir also nicht acht Stunden durch die Welt rumtingeln, brauchen wir natürlich die Kurzstreckenflüge nicht. Im Vergleich mit Frankreich hinkt. Und das, wo ich doch letztens ehrlich war, kein Witz, von Köln nach Düsseldorf mit einem dicken Jumbo-Jet geflogen bin. Warum ich als Kölner mit einem Jumbo-Jet nach Düsseldorf fliege, statt 15 Minuten mal eben im Auto darüber zu fahren, wenn es gut läuft und die Bahn nicht verstopft ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Und ich sage euch auch, wie es um das Verbot von Kurzstreckenflügen in Deutschland steht und ob wir bald sowas befürchten müssen wie in Frankreich. Hä, wie soll denn der Flug überhaupt gehen? Der Flieger startet noch nicht mal und ist wieder am Landeanflug. Der kommt doch nicht mal auf Reisehöhe. So, bleibt dran. Oh, war das ein Front? Man braucht kein Jurastudium, um Recht zu verstehen. Das ist halt einfach Quatsch, was er da sagt. Aber da kommt gleich wieder die ganze Solmiker-Sekte. Ich will jetzt mal wissen, wie er mit dem Jumbo da geflogen ist. Ja, wirklich, das Rollen auf dem Vorfeld dauert ja länger. Kanal, liebe Leute. Beim Superbowl, kurz nach dem Superbowl sah der amerikanische Himmel so aus. Das waren die vielen bunten Flugzeuge, alles Privatjets, die den Superbowl verlassen haben und eben ordentlich CO2 in die Luft gepustet haben. Befrühmte Influencer kriegen immer mal wieder Ärger, weil sie mit ihren dicken, fetten Jets unterwegs sind. So, Kylie Jenner, die flog eine Strecke von nur 17 Minuten, habe ich mit meinem Flug von Kölner Düsseldorf mit 20 Minuten. Ja, aber erst mal sind das Ausnahmen dann so. Es gibt sehr gute Gründe, dass in den USA Privatjets benutzt werden. Wenn man zum Beispiel so verschiedene Fertigungsorte besucht, dann kann man halt nicht Linie fliegen. Es funktioniert einfach nicht. Dann besucht man an einem Tag fünf Fertigungsorte und ist dann fertig und kann währenddessen arbeiten. Die gleiche Anzahl an Fertigungsorten zu besuchen mit Linienflügen dauert halt dann drei Tage. So ist das halt einfach. Es geht halt auch darum, Zeit ist Geld. 40 Minuten ja noch ganz gut dabei. Marc Wahlberg hat 40 Minuten Strecke geflogen und hat dabei so viel CO2 ausgepustet, wie eine durchschnittliche Person in einem Jahr verbraucht. Und Taylor Swiftjet hob in 217 Tagen 170 Mal ab. Ja, das sind alles schwachsinnige Ausnahmen. Der letzte Mann der Welt, Bernard Arnault, dem gehört Louis Vuitton und Moet, Echardon, Hennessy. Also dem gehören ein paar Luxusmarken, viele Luxusmarken. Der wurde sogar einangefeindet, hat sein Privatjet abgeschafft und liest jetzt nur noch ein Privatjet, wenn er entsprechend fliegen will. Da kann man sich schon die Frage stellen, warum fliegt man Strecken von 17 Minuten im Privatjet, gehen wir gleich drauf ein. Kurz noch der Hinweis, wir vertreten tausende mittlerweile Betroffene in dieser Datenleck. Fällt mir ein, weil Arnoia aus Frankreich gelten zu machen, das geht auch gar nicht offen sein. Die sind schon verboten, jedenfalls dann, wenn man die gleiche Strecke in zweieinhalb Stunden mit einem Zug oder weniger als zweieinhalb Stunden mit einem Zug erreichen kann. Hört sich erstmal cool an, die Wahrheit ist, nur drei Fluglinien sind davon betroffen. Es gibt zig Ausnahmen in Frankreich, aber die Grundidee haben die da schon umgesetzt. Kurzstreckenflüge, wo man mit dem Zug zweieinhalb Stunden hinfährt, dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Und in Deutschland? Ja, in Deutschland funktioniert die Bahn halt nicht. Das wäre ja auch okay, also wenn das mit dem Zug so funktioniert, ist es ja kein Unterschied. Da ist man davon noch weit entfernt. Allerdings gibt es genügend Privatjets, die von Hamburg nach Sylt fliegen. Man braucht so 50 Minuten für den Flug und setzt dabei drei Tonnen CO2 frei. Ja, aber das ist auch interessant. Ein Flug, der glaube ich auch zwischenlandet in Hamburg, der nur im Sommer stattfindet. Und ansonsten bist du halt mit der Fähre, mit diesem Autozug, bist du halt wirklich lange unterwegs. Das eine sind 50 Minuten, das andere sind drei oder vier Stunden. Ich habe letztens auch noch selbst geschaut, weil ich von Bremen eingeladen war auf eine der Nordseeinseln, wo ein Freund ein Haus hat. Und dann habe ich geguckt, wie lang dauert der Zug von Bremen zu die Friesische Inseln. Einfach neun Stunden. Die schnellste Verbindung war neun Stunden. Es stand immer neun bis elf Stunden. Also es gibt natürlich da keinen Flug. Dann hätte ich mit dem Auto fahren müssen, das wären dreieinhalb Stunden. Das war okay. Ich habe mich ja noch gestern getroffen und habe gesagt, weißt du was, beim nächsten Mal, wenn du da aus Wiesbaden kommst, lande einfach zwischen den Bremen. Ich springe bei dir rein. Der hat so einen Privatpilot. Das ist ja dann auch kein mehr CO2, weil da ja eh die Strecke fliegt. Ihr schreibt, neun Stunden kannst du laufen. Ich habe ausgerechnet, dass es mit dem Fahrrad, die Strecke, weil ich da schneller unterwegs bin, mit anderen Wegen, nur vier Stunden länger gedauert hätte. Mit dem Fahrrad dauert es vier Stunden länger als mit dem Zug. Weiß auch nicht warum. Das wäre mit einem Flug nur ne Stunde länger, ohne Umstieg, ganz direkt und deutlich weniger CO2-Ausstoß. Die Strecke ist aber trotzdem 508 Mal geflogen worden, alleine im Jahr 2022. Also relativ krass, was da los ist. Insgesamt sind in Deutschland im vergangenen Jahr 94.000 Privatjets gestartet. Die Hälfte davon flogen weniger als 300 Kilometer. Ich denke, wir sind uns einig, dass das Fliegen mit Privatjets das Klima belastet. Und eine Person, die mit einem Privatjet fliegt, pustet 50 Mal CO2 in die Luft, als wenn sie mit einem Zug fahren würde. Und 14 Mal mehr als mit einem Linienflug. Also da auch ganz klar. Also bist du gerade. Nein, ich bin gar nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe am meisten CO2 gespart. Ich bin einem gar nicht hin. Der hohe Klimabelastung. Der linken Politiker Martin Schirdewan, der fordert jetzt ein komplettes Verbot von Privatjets. Und ich will mir das rechtlich mal anschauen. Und ihr fragt euch jetzt... Also keine Ambulanzflüge mehr. Ist ja auch ein Privatjet. Vorstände von Konzernen können nicht mehr ordentlich arbeiten, wenn sie zu Terminen sind. Wir würden also unsere... Oh, danke schön. Kokainer. Kokainer. Sorry. 400 Bits. Es gibt halt einfach Momente, wo Privatjets extrem Sinn machen bei Konzernen. Dann kann man arbeiten und zwar vertraulich arbeiten, was du auch in der Linie nicht machen kannst, wenn du vertraulich geheime Unterlagen dabei hast. Da ist es selbst in der First schwierig. Und da kannst du keine Telefonate führen. Das kannst du im Jet aber schon, im Konzernjet. Und du kannst halt auf kleineren Flughäfen landen. Bist halt einfach viel schneller und sparst damit ein Vermögen. Es geht Zeit ist Geld und es geht natürlich darum, dass das Unternehmen nicht beschädigt wird. Und das wird halt bei großen Konzernen, wenn sie nicht diese Möglichkeit haben, wird es halt beschädigt. Ist halt Realität, dagegen kannst du auch nicht sprechen. Das ist halt einfach ein Fakt. Genauso wie die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Das ist halt populistischer Dumpfug, dass man sowas ausfordert. Bestimmt, warum ist der Solmecke, wie er im Intro gesagt hat, denn von Köln nach Düsseldorf mit einem Jumbo-Jet geflogen? Das will ich euch gerne sagen. Wir waren letztes Jahr in Kroatien, nicht im Privatjet, ein ganz normaler Linienflug. Haben auch eine Kompensation, CO2-Kompensation gezahlt. Kann man ja anklicken. Keine Sicherleisten. Landen dann im Anflug auf Düsseldorf und vor uns, am Flieger, der vor uns landete, brennt das Triebwerk. Und dann sind die durchgestartet aus Düsseldorf und fliegen rüber nach Köln. Ja, aber gut, das ist ja was anderes. Das ist ja eine Notlandung, weil der Flughafen zu ist. Gott, ich dachte schon, was ist das für ein Unsinn. Dann in Köln freuten uns schon, sagten wir, super, müssen wir nicht so weit nach Hause fahren. Danke an den Annehmer-Spiel. Für die Katze mit 100 Bits. Dov, weil im Düsseldorf steht ja am Parkplatz unser Auto. Naja, und dann wurde hin und her diskutiert, was machen wir. Ja, wir stehen jetzt da mit einem riesen Jumbo-Jet in Köln am Flughafen, weil man eben wegen der Gefahr des brennenden Flugzeugs nicht in Düsseldorf landen konnte. Da sagt der Pilot nach einer Stunde Wartezeit, wir verfrachten Sie jetzt nicht im Busse, um Sie nach Düsseldorf zu fahren. Ich fliege eben rüber. Und dann sind wir wirklich 15 Minuten mit dem Jumbo rüber geflogen nach Düsseldorf. Das war tatsächlich so der kürzeste Flugplan. Er muss ja eh rüber fliegen. Das muss man ja sagen. Das ist jetzt nicht, dass es auch Spaß macht. Der Pilot hat ja Passagiere im Flugplan, die er in Düsseldorf aufnehmen muss. Er fliegt also so oder so rüber. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe mal eine besondere Kurzstrecke geflogen, das heißt Mittelstrecke. Als der A380 eingeführt worden ist bei der Lufthansa, war ich auf dem zweiten Flug des A380 an Bord. Der ging nämlich nach Mallorca. Morgens hin, abends zurück. Da gab es drei Arten von Plätzen, die man buchen konnte. Normale Eco 99 Euro, Business 399 und First 999. Ich habe es geschafft, ein First-Ticket zu ergattern, weil ich mal First-Class fliegen wollte. Und gut, ich habe mit dem Hinflug, hatte ich überhaupt nichts von diesem First-Platz, weil gefühlt das ganze Flugzeug und jedes Kind mal dort sitzen wollte. Also stand ich die ganze Zeit nur und habe gesagt, ja okay, setzt euch hin, setzt euch hin. Die anderen haben irgendwie ihre Kabine zugemacht. Aber ich habe gesagt, gut, jeder will mal ein Foto machen. Also stand ich, die, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Und auf dem Rückflug konnte ich dann aber mal die Kabine austesten. Das war schon witzig. Es ging eigentlich nur um den Flug und man hat dann Mittagessen in Palma gehabt. Ich hätte alles refinanzieren können, hätte ich fünf Euro dafür genommen. Aber gut, muss ja verstehen. Die First-Plätze gibt es so gut wie gar nicht. Es sind nämlich sechs Stück oder acht Stück. Und ja, ich glaube acht Stück. Und der Flieger ist randvoll und natürlich will jeder sich mal die First-Class anschauen. Das ist doch ganz normal. Und wie mies muss man denn drauf sein, dass man sagt, nö, dürft ihr nicht. Natürlich. Ganze Flugzeug durchgejagt und jedes Kind durfte mal dort sitzen. Und ich habe in der Zeit mit der Crew dann einen Kaffee getrunken. Da im Crew-Bereich. War witzig. War wirklich witzig. Hat Spaß gemacht. Meines Lebens. Aber wie wir hier sehen, scheint das ja tatsächlich bei Privatjet-Kunden immer mal wieder der Fall zu sein. Aber es gibt tatsächlich Überlegungen des wissenschaftlichen Dienstes der Bundesregierung, ob man Privatjets oder sogar Kurzstreckenflüge komplett... Oh, jetzt könnte Solmig ja sogar eine fundierte juristische Meinung äußern, weil er sich auf dem wissenschaftlichen Dienstberuf, der das für ihn schon ausgearbeitet hat. Schau mal Anna an. ... verbietet, ja. Und da überlegen die sich eben verschiedenste Normen, gegen die das Verbot von Kurzstreckenflügen, so wie es das in Frankreich gibt, hier, also hier zum Flüge unter 1500 Kilometer, ist ja fast viel effektiver, als einfach nur Privatjetflüge zu verbieten. Und die sagen eben, gegen was verstößt das? Es verstößt gegen zwei Grundrechte. Erstens, Artikel 14, das ist unser Eigentumsrecht, und Artikel 12, und das ist die Berufsfreiheit. Gucken wir uns die beiden Grundrechte hier mal näher an. Also, das erste ist das Eigentumsrecht. Da steht in Artikel 14 drin, dass das Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also das heißt, der Eigentum habe ich, aber ich soll damit auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das heißt, Eigentum... Ich bin mal gespannt, ich schreibe mal ein bisschen vorweg, ob der Wissenschaftliche Dienst schon den Artikel 20a Grundgesetz, den neu eingeführten, den kann ich euch hier vorlesen, gerade aufgerufen, berücksichtigt. Da steht nämlich, der ist neu eingeführt worden. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also, der Klimaschutz steht in Artikel 20a. Das bin ich jetzt richtig gespannt, ob das schon dort drin steht. Eigentum kann auch eingeschränkt werden. Ihr wisst, dass beim Garzweiler Zweitagebau auch Menschen enteignet werden können. Das heißt, das ist nicht schrankenlos gewährt, dieses Grundrecht. Ihr habt euer Eigentum, könnt damit auch mehr oder weniger machen, was ihr wollt, auch mit eurem Privatjet. Aber in gewissen Situationen wird es eingeschränkt. Vielleicht für die, die keinen Privatjet haben. Vielleicht habt ihr einen VW, einen Volkswagen Diesel und dieser pustet ordentlich Diesel, CO2 in die Luft. Natürlich auch. Oder ist eben nicht sauber hinten raus. Kohlendioxid, wir pusten in die Luft so. Und jetzt gibt es Umweltzonen und in manche Umweltzonen dürft ihr nicht mehr rein. Da wird ja auch schon euer Eigentum irgendwo eingeschränkt. Da ist für jeden von euch schon spürbar, ihr habt so eine Plakette mit Euronorm und je nach Plakette könnt ihr nicht überall reinfallen. Also insofern heißt es, ja, man kann sicherlich gewisse Flüge einschränken und kann dann tatsächlich Artikel 14, also dieses Eigentum, auch so ausgestalten, dass man auch jemandem, der einen Privatjet besitzt, sagen kann, ja, du musst aber mindestens so und so weit fliegen, damit es sich lohnt. Weil Start und Landung offenbar sehr viel verbrauchen. Eventuell, ja, wir gehen gleich dahin, ob ich es auch ganz verbieten kann, das wird schon deutlich schwieriger. Weil dann würde man die wirklich enteignen und das ganze Eigentum wegnehmen. Gucken wir mal in Artikel 12, da geht es um das Recht der Berufsfreiheit. Und da geht es eben darum, dass Piloten natürlich auch noch ihren Job ausüben wollen. Ja, ein Pilot will fliegen und wenn es eben keine Privatjets mehr gäbe, dann sind die Privatjetpiloten arbeitslos. Aber auch da ist es wieder so, genau wie beim Eigentum, auch die Berufsfreiheit kann eingeschränkt werden. Und diese Einschränkungen gucken wir uns jetzt mal näher im Detail an. Zu Zwecken des Klimaschutzes kann man sicherlich was tun. Da hat man auf der einen Seite Artikel 20a Grundgesetz, da steht drin, das Klima ist zu schützen. Die Regierung ist verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Das ist ja ein legitimer Zweck. Und CO2-Ausstoß ist klar, ist nicht gut fürs Klima. Also können wir das einschränken. Jetzt müssen wir mal gucken, was das mildeste Mittel ist, um das Klima zu schützen. Da gibt es natürlich noch eine ganze andere Probleme dann dabei. Es könnte bessere und effektivere Wege geben, das Klima zu schützen, als jetzt irgendwie Privatjets abzuschaffen quasi. Also insofern muss man gucken, wie das Gesetz exakt ausgestaltet wäre. Einfach komplett Privatjets verboten. Das dürfte vermutlich verboten, dass das dürfte verboten sein. Das dürfte keiner Rechtsgrundlage entbehren, weil es einfach letztlich nicht das mildeste, effektivste Mittel ist, das Klima zu schützen. Naja, aber das hat linke Politiker noch nie abgehalten, irgendwas verfassungswidriges zu äußern. Genauso wie bei der AfD. Und insbesondere dann eben komplett das zu verbieten, dann können die alle ihre schönen 100.000 Euro Jets wegpacken. Also es wird hier so nicht funktionieren. Was ich mir schon vorstellen kann, dass man im Sinne des Klimaschutzes eben auch ein Gesetz schafft, dass man sagt, es kann nur so und so viele Starts pro Jahr geben. Oder dass man in irgendeiner Weise sagt, es müssen mindestens so und so viele Kilometer geflogen werden. Und das dann eben nicht nur auf Privatjets, sondern für alle Flüge beschränkt. Dann kann man sein Flugzeug immer noch nutzen, aber eben in einem beschränkteren Kreis. Also das kann ich mir schon sagen. Also es wird immer wieder abgewogen, überwiegt das Recht des Klimaschutzes oder das Recht, dass ich nicht zusammen mit dem gemeinen Volk im Urlaub fahren muss. Weil im Privatjet, dann habe ich eben meine Ruhe beim Flug. Und da würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass in der Waagschale in vielen Fällen Klimaschutz überwiegen wird. Zumindest bei den kurzen Strecken. Bei langen Strecken muss man eben schauen, da bin ich selber nicht Umweltexperte genug drin, dass ich jetzt euch schon sagen könnte, dass da ein Privatjet genauso schlimm ist oder noch so viel schlimmer ist als eine große Maschine. Aber wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich auch. Aber soweit ich weiß, verbrauchen die in den großen Höhen nicht mehr so viel. Und bei Start und Landung wird ganz besonders viel verbraucht. Also die Diskussion ist jedenfalls losgetreten worden. Es geht nicht nur um Verbot von Privatschatz, sondern insbesondere von Kurzstreckenflügen. Da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Postet es mal unten rein in die Comments, wie ihr das findet, dass es da Bestrebungen gibt, solche kurzen Strecken zu verbieten für klimaschädliche Kurzstreckenflüge. Ich habe ansonsten noch zwei Videos für euch vorbereitet, die seht ihr hier. Würde mich freuen, wenn ihr... Ja, das Video ist stabil, weil er jetzt halt den wissenschaftlichen Dienst zitiert. Es ist halt so, du kannst Privatschatz nicht verbieten, kannst es höchstens einschränken in gewissen Bereichen, aber ohne Zweifel brauchst du sie halt in manchen Bereichen. Wenn es jetzt so medizinische Flüge sind, das sind kleine Privatjets. Wenn es Konzernjets sind, dann kannst du halt nicht mit Linie fliegen. Es geht halt einfach nicht, weil du ansonsten nicht mehr wettbewerbsfähig bist, wenn dein Vorstand nicht mehr arbeiten kann. Dann bist du nachher, bist du als Vorstandsvorsitzender, sagen wir hier von Daimler-Benz oder VW-Gruppe oder Porsche, bist du dann halt einfach eingesperrt in der First Class und kannst nur fressen und schlafen, aber nicht richtig arbeiten und nicht telefonieren oder Konferenzen machen. Das funktioniert halt nicht. Und dann bist du de facto einfach mal zwölf Stunden weg. Das kann sich ein Konzern nicht erlauben. Das geht halt einfach nicht. Nun ja, so ist das halt. Was eure Meinung schreibt, drunter ein nützliches Füllvideo. So ist das. Das ist das. Vielen Dank.